Klimaneutrale EU bis 2050, erreichbar oder nicht? Wir müssen es schaffen. House of Cards oder Emily in Paris? House of Cards. Brüssel oder Dublin? Ich mag Dublin schon wahnsinnig gerne. Podcast oder Radio? Radio. LGBTQI-Rechte in der EU genug oder nicht? Noch nicht, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Frühaufsteherin oder Nachteule? Frühaufsteherin. 49-Euro-Ticket, Top oder Flop? Top, aber nur ein erster Schritt, weil wir müssen noch besser werden. Veggie-Bowl oder Bratwurst? Ich esse schon gerne Veggie. Größte Herausforderung für die EU in einem Wort? Uneinigkeit. Interrail oder Bulli-Tour? Interrail, ich fahre sehr gerne zu. éra-Tour? Oder? Untertitelung für die EU in einem Jahrhundert. итсяalte.